Da könnten wir gleich mal schauen, welches Level wir für Haltbarkeit 3 eigentlich brauchen. Oder was war nochmal das Maximale? 3? 4? Ich weiß das gar nicht mehr. So, komm, komm du auch noch. Lalalala. Stirb. Stirb, 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 stirb. Ein Albino-Küfer. Sehr nice. So, komm her hier. Du auch noch. Sauber. So. Spinne noch. Komm, komm, komm. Sauber. So. Dann hätten wir das auch mal wieder erledigt. Und dann geht's jetzt wieder ab nach oben. So, und ich hoffe, dass das mit der Version 1.3, dass das bald halt alles gelöst ist. Weil, ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit so, ja wie soll ich sagen, outdated spielen. Dunerwetter. Der Schwung reicht aber ein ganzes Ende. So, was wollte ich jetzt eigentlich holen? Ach so. Ach ja, ach guck. Die Stufen. Outer City läuft noch. Oh cool, die erste Folge ist schon um. Geil. Äh, Treppen. Dirt. Steinmatz. Und zwar diese Treppen. Dafür nehme ich mir auch noch gleich ein paar von den Ziegeln mit. Und so. Huch. Einmal so. Na, komm schon. Jetzt. So, vier Stück bleiben natürlich über. Dann einmal an die Lootkiste ran. Ach, vorher war das so einfach mit diesen Inventory Tweaks. Aber, naja. Aber man sieht auch, ich hab wieder das, die, die alte, äh, die alte Version drin. Oh, da hast du eine Schallplatte getroppt. Habe ich gar nicht gesehen. Verdammt. Cat, Cat, Cat. Oh, die hab ich noch nicht. Fahr. Die hab ich wirklich noch nicht. 13. Ich hab, was ist das, hab ich eigentlich so viele? Wo kommen die auf einmal her? Leute, wo kommt diese Schallplatte her? Meloie. Na gut. Ich wusste nicht, dass ich diese Schallplatte hab. Und mal wieder sucht der Trivolone Feuerzeug. Aber. Da hat das. Ich hätte meinen Kanal nennen sollen, der rauchende Let's Player. Weil rauchend, ne, das passt ja doppelt. Weil einmal raucht mir ja der Kopf meistens beim Spielen. Und, ne, schmücken tu ich ja auch noch. So, das da rein. Und dann haben wir hier noch, äh, Ausrüstung. Ich weiß nicht. Diese Pfeile, die werden wir nie im Leben aufbrauchen. Niemals. Never ever. So, Spinnenaugen haben wir damit auch mehr als genug. Äh, dann jetzt noch die, diese Bricks hier wieder rein. So, zack, zack. Und dann werden wir jetzt nochmal runter. Mit den Treppeln. Die Treppen. Treppen des Todes. So. Äh, wieso sprintet der nicht? Ich hab noch vier Stück. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. So, zack, zack. Hier, einfach mal, einfach mal Quatsch setzen, ne. Der Meister im Schlechtsetzen bin ich ja nicht. Ich bin ja eigentlich mehr so der Meister im schlechte Sprüche reißen. Und das bezieht sich ja mittlerweile, oh, das bezieht sich ja mittlerweile sogar teilweise auf mein Real Life. Dass da teilweise denn so Sprüche kommen von Freunden und Bekannten. Herzlich Willkommen bei Trivolo. Naja, also wenn ich jetzt hier irgendwie einen dummen Spruch reiße, so wie ihr ihn von mir kennt, ne. Also irgendwie so ein Ding, wo man sich wirklich an den Kopf packt und denkt so, ne, das kann nur von Trivolo kommen. Äh, das hab ich jetzt tatsächlich teilweise schon in meinem RL, dass die Leute dann wirklich sagen, herzlich Willkommen bei Trivolo. So, let's play. Ja, wo ich mir denn jedes Mal denke, so, ihr Arschgeigen. Aber egal. Ähm, so, das Ding hier muss komplett so bleiben, wie es ist. Ich will so bleiben, wie ich bin. Äh, fail, Alter. Der Typ ist sowas von fail. Aber er zählt's bloß keinem. So, dann. Ups. Plöpp, 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 plöpp. Äh, halt. Was mach ich hier? So. Und dann so. Und so. Und so. Äh, Booster Rails. Diesel. Zack, zack. Und dann hier. So. Und so. Äh, welchen nehmen wir? Den nehmen wir. So, einmal ne Fackel. Zack, zack, zack. Oh, das war verkehrt. Ich muss gerade mit diesem Block hier lachen, ey. Oh, Mann. Wohin hab ich das schon wieder verdient? Was ist denn hier los? Hello? Was ist denn das jetzt für ne Lag Parade? Gewesen? Ach, dabei fällt mir ein, die ganzen Grafikeinstellungen und so weiter. Die stimmen ja auch alle noch nicht. Das ist ja alles grafisch, äh, von meinem alten Computer noch. Ja, also nicht wundern. Also eins, zwei, drei, vier. Und den fünften hauen wir mal raus. Und da setzen wir einfach mal eine Redstone-Fackel, die wir nicht mehr haben. Dann machen wir mal drei Stück. Zack, drei Mal Redstone, so zack, 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 hier, da und, boah, hier, ne? Dann haben wir eins, dann haben wir zwei, dann haben wir drei, dann haben wir vier. Hier setzen wir wieder eine Redstone-Fackel. Ne, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Dann haben wir eins, zwei, drei, passt. So, liebe Leute, das sollte passen. Damit dürften wir auf jeden Fall schon mal in die Monsterfalle kommen. Und der Weg ist mir auf jeden Fall wichtig, dass da der Hin- und der Rückweg stimmt, ähm, wenn ich euch die Map zum Download präsentiere. Und das geht jetzt bei mir hier in die heiße Phase. Also, Webspace und so weiter, das ist alles geklärt. Ähm, ich brauche im Prinzip nur noch ein bisschen spielen und ein bisschen, ne? Und dann könnt ihr euch auch mal Timulus, Let's Play, Downloaden, Angucken, Verbessern. Es, ich bin so doof. Na klar. Das geht ja so gar nicht. Ist ja eine Kurve. Äh, toll. Muss jetzt mal rein. Das war ja intelligent. Selbstverständlich geht das nicht. So, wie gesagt, hier kommen, oder hier sind überall in der Welt ein paar Schildchen auf jeden Fall, wo dann, ne, wo ihr dann ein bisschen gucken könnt. Diese Anekdoten, äh, Geschichte, die hab ich jetzt übrigens rausgenommen, weil... Also, tut mir leid, ich kann nicht jetzt alle Anekdoten von sämtlichen Späßen und... von sämtlichen Späßen und so, das geht nicht. Müssen wir wahrscheinlich so bauen. Aber wieso kommt der jetzt noch einmal und vor allem so diese Lachs? Probieren wir nochmal. Müssen wir das jetzt tatsächlich so bauen? Na, tatsächlich. Aber jetzt geht's. Oh, gut. Das ist die Hauptsache. Hauptsache, dass es funktioniert. Ah, hier muss auf jeden Fall noch was hin. Da geht die Zigarette ständig aus. Okay. Das läuft aber noch nicht ordentlich. So, liebe Leute von heute. Womit geht's jetzt weiter? Weiter, heiter, weiter. Heiter, weiter geht es jetzt hier. Äh, indem wir mal, äh, Mechanismen, Mechanismen, einmal die Booster-Rails, einmal die übrig gebliebenen Schienen, die Redstone-Fackel, hier oben das Redstone-Gedönsel, äh, wenn ich jetzt aus dem Kopf wüsste, wie man einen Dispenser baut, würde ich jetzt auch noch Dispenser schon mal bauen. Weil, ähm, ich hab's noch nicht ausprobiert mit der Version 1.3, aber es soll ja so sein, dass die Dispenser, ähm, dass die Dispenser die, die Mine-Cards auf die Strecke setzen. Dann wollte ich halt hier hinten einen Dispenser hinbauen, oder beziehungsweise immer an den Endpunkten, ähm, wenn das funktioniert. Wie gesagt, ich hab's noch nicht ausprobiert. Ähm, falls einer von euch sowas ja schon mal gebaut hat oder ausprobiert hat, ähm, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, ob das funktioniert, wie ich das denke. Vielleicht denkt der ein oder andere jetzt auch, oh, geile Idee, ey, boah, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Äh, weiß ich nicht. So, ähm, ich drücke mich gerade, vor ein paar Arbeiten, also in-game, nicht real-life, ähm, ja, weil ich die halt off-screen machen will, werde, muss, achso, ich könnte mal die Minimap wieder rauszoomen, die hab ich ja für ein off-screen Projekt, äh, wo ich, das, was ich euch nur andeuten werde, die hab ich da, da hab ich schon mal ein bisschen ranzoomen müssen und so, und, naja. Es stand ja die Wahl zwischen ein paar Sachen bauen im, äh, off-screen oder halt im Zeitraffer. Äh, da weil ich jetzt nicht so unbedingt zur Zeit über die Musik verfüge, wie ich das gerne hätte, hab ich mir halt gedacht, okay, dann machst du das halt nicht im Zeitraffer, dann machst du das halt dieses Mal, dann machst du das halt dieses Mal, ähm, off-screen. Also, dass ich das dann halt ein bisschen cutte. So, das reicht. Och, da fällt auch genug vorbei. Na, man kann das ja halt auch so machen, ist auch sehr geil. Ja, nur, dass ich ein paar Zieze hab, wenn ich die Felder schon abernte. Pff, muss dann sowieso gleich ins Lager. Ich glaube, ich hab noch nie beide Felder gleichzeitig abgeerntet. Zumindest nicht im Let's Play. Alter Schwede, da kommt aber einiges zusammen. Ja, und das ist mir auch aufgefallen, das stagniert da zuerst. Ich muss da noch was ändern mit dem Wasserfluss. Wahrscheinlich. Dass das hier nicht mehr stagniert dann. Sondern, dass das gleich abgetragen wird. Ähm. Hm, da könnte man ja mal gleich gucken. Hau. Tschüss. Äh, die packen wir da mal rein, weil ich glaube, ich werde gleich nicht richtig viel, äh, richtig Stress kriegen, wenn ich im Lager angekommen bin. Man kann ja mal gucken, was passiert, wenn man unten Schilder anbaut. Hierzu werde ich mal mit den Schildern... Warte mal, warte mal. Hier bin ich ja viel zu weit weg. Äh... mit den Schildern. Da könnte man ja eigentlich mal was machen. Hm. Während das Getreide hier ankommt, bin ich gerade mal mit meinem Handy auf meinem YouTube-Kanal. Bitte in der Desktop-Fassung. Ja, so wer ein iPhone hat, also, oder so ein Smartphone, also diese, diese komische Mobile-Fassung, äh, von YouTube. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ist scheiße. So, da muss ich auf mein Kanal. Alles fragt sich jetzt, was hat der vor? Was hat der Typ schon wieder vor? Und zwar möchte ich, ich möchte einfach mal, ach, komm schon, verarsch mich nicht hier. Müsste da nicht eigentlich ein bisschen mehr ankommen als 42 und 64? Okay. Hi. Oh, ich hab neue Kommentare. War's das? War das schon alles? Ich bin da noch nicht fertig, Mann. Ich muss erst mal auf meinen Kanal gehen. Das muss jetzt schnell gehen, aber meine Internetleitung, die hängt irgendwie gerade ein bisschen, hab ich das empfinden. So, Wolle, frisch vom Feld. Halt, falsch, hier bitte. So, frisch vom Feld. Zack, zack. Zack, zack. 18 Stück lassen wir mal drin. Wieso springt der jetzt nicht auf meinen Kanal? Also diese, die Desktop-Version ist auch nicht unbedingt die bessere. Warum springt der nicht auf meinen Kanal? Was soll das? Jetzt springt er auf meinen Kanal. So, also, jetzt gehen wir wieder raus. Und ich hab immer noch nicht das Huhn gefunden, muss ich euch mal erzählen. So, ich möchte nur nicht die Namen falsch schreiben. Ach, ich bin doch auch so ein Dussel, ey. Ich wollt doch gleich hier, ne? Ich brauch doch dafür Holz und so. Und ich weiß auch gar nicht, aber mir fällt gerade ein, ob der Timber-Modt aktiv ist. Also, man müsste echt in-game, das würde ich richtig gut heißen, aber ich glaub dafür ist diese API für die, äh, Version 1. 1.4? Ich glaub 1.4 ist das. Nein, Birkenholz, Nüternholz, äh, normales Holz. Die 11 Stück nehm ich auch mal mit. Äh, Sekunde. Also, wenn das jetzt funktioniert, dann werde ich mir ein paar Namen rausschreiben. Äh, so, Sekunde, ich muss nur mal gerade schauen, wie viel ist denn das überhaupt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 2 sind 12. Okay. Ich mach das erstmal ohne. Okay.